Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 9. April 2019, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Heute ist eine starke Liebesenergie und das fühlen die Männer. Und genau daran sollen wir Frauen vertrauen, weil das kann wirklich traumhaft schön sein. Außerdem, die Männer haben auch jetzt Erinnerungen in die Vergangenheit, auch in Kindheit. Es ist ein bisschen nostalgisch und handeln auch nach Gefühl. Wir können mit einer unerwarteten Nachricht rechnen oder einer Überraschung, einer Einladung. Es ist wichtig, klärende Gespräche führen oder etwas klären, aufklären, etwas genau auf den Punkt zu bringen. Weil damit bekommen wir Klarheit, haben wir mehr Orientierung und dann, erst dann, kommt etwas in Form. Und das war meine heutige Botschaft aus der Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Dieses Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihre finanzielle Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.